Oh mein Gott, ein riesiges Monster, hallo. Der Turner, hallo. Nicht so laut wie ihr sagt. Der bewegt sich. Willkommen zurück zu Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Heute dürft ihr beide leider nichts dazu sagen, tut mir leid. Aus den Jahren 2013, aber unten steht immer 2012. Ich verstehe nicht warum. Die Grafing sehen aber aus wie 2.2. Da musste ich bei Nintendo, also da hat mir E-Mail geschrieben, dass ich da eine Umfrage beantworten soll zum Spiel. Da habe ich alles gut bewertet bei dem Spiel, bis auf die Grafik. Da habe ich dann irgendwie 2 von 10 Punkten gegeben. So viel. Wie kannst du nur. Ja, so viel. Wie kannst du nur so viel geben. Ach fuck, unter Wasser kann man ja gar kein Fleisch essen. Dann müssen wir mal eine Ration holen. Rationen darf man unter Wasser essen, aber Fleisch nicht. Ja, total behindert. Ja, kennst du doch, das war echt ein. Gehen wir erstmal wieder zu dem Speer hoch. Ja, ja, ich esse aber erstmal, weil sonst kann ich nicht enden, das ist nicht gut. Hast du Unglückskabze genommen? Ja klar, mit Absicht. Wer hätte dich direkt angreifen müssen, so bam. Und du stehst neben mir, ne? Ja. Bist du auch direkt tot. Wieso, ich habe Unglückskabze nicht genommen. Ach guck mal, er folgt mir gerade sogar. So, dann looted jetzt mal eure 10 Ballisten. Nein, kommt jetzt an den Speer. Ach so. Er checkt gar nicht. Ich habe es doch gerade extra gesagt. Hör mir doch zu. Ich komme von mir. Und ich habe gerade gegessen. Okay, Peter hatte gerade recht. Er hat gerade noch vor der Aufnahme gesagt, man muss man alles zweimal sagen. Sonst hört er das gar nicht. Also wenn ich jetzt meinen Satz hier wiederhole, hat er das gar nicht gehört. Ich habe nicht gemutet. Ach so, er hört das gar nicht. Ich habe nicht gemutet. Ja, wir können jetzt beleidigen, aber wenn wir ihn zweimal hintereinander beleidigen, dann kapiert das. Ich erinnere mich gerade an Austin Powers. Da musst du alles dreimal sagen, damit ihr redet, der Typ. Die Musik ist so scheiße hier. Ich bin die Vorstufe. Er kommt auf mich. Er kommt auf mich. Aber er muss ein bisschen hochziehen. Ich zieh ihn hoch. Ich zieh ihn hoch. Meine hat gerade mal Handschmerzen. Komm mit mir mit. Oh mein Gott, er hat mich erwischt. Komm zu mir her, geschwommen einfach. Sollte ja schon reichen. Im besten Falle. Also er ist genau davor eigentlich. Nee, ist er nicht. Peter hat gesagt, er ist davor. Nein. Der eine ist doch komplett durch ihn durch. What the fuck? Ja. Checkst du nichts, Manuel? Da sind drei Stachel. Ach so. Oder wenn du zwei. Mein Gott. Ja, hast du gesehen, wo ich stand? Bei mir war das... Also aus meiner Sicht sah das aus, als wenn da nur einer wäre. So, jetzt darf ich auch mal hier zeigen, wie meine Ballistenkünste sind. Wenn die nicht vorhanden. Ich habe Ballistenmonition schon mitgenommen, weil ich voll der Skiller bin. Und ich kann hier umstellen. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich kann nicht so weit nach rechts zählen, wie das Viech ist. Das ist natürlich geil. Und ich habe erst mal Kältetränke mit. Das ist auch recht wichtig. Hallo? Warte, ich lote mal die Muni hier so lange. Wann ist da? Hunter, drei. Wo ist das? Aua! Ich krieg nur einen Laser ab. Oh, wie weit oben ist der denn? Krass. Und deswegen will ich den nicht... Ich baller mal eben meins. Ich habe eins mitgenommen. Oh ja. Oh, er kommt. Nein, du kannst ja nach oben ziehen. Das geht ja, yeah. Ja, jetzt ist er auch vor einem, dass man ihn treffen könnte. Sehr gut. Viech? Kannst du mal irgendwie aufwändig noch mehr zu bewegen? Dann verballer mal, Peter. Yeah. Aber ich habe noch nicht alle. Das ist so dumm. Warum heb dir nicht automatisch zehn auf? Ja. Heb du mal zehn Ballisten-Munitions-Dinger gleichzeitig auch. Das will ich sehen. Ja, einer wird ja schon reichen, aber die haben ja auch zehn in ihrer Tasche. Einfach in den Körper rein. Pew. Ja, wenn es geht gegen Thor, ne? Zusatz-Items. Da trifft man ja auch so gut. Ja klar trifft man das. Aber nicht so gut. Ah, da unten ist der. Aber gehen tut schon. In den Bart einfach rein. Ups. Das war nicht der Bart. Oh, ich habe alles. Oh, ich bin in ihm. Ich habe mir aber zehnmal in die Richtungstaste und nichts passiert. Diese Steuerung. Ich weiß gar nicht, wie man Fernkämpfer in dem Spiel spielen kann. Geil, oder? Ja. Ich töte ihn jetzt. Ich schaff das. Gut, dann hole ich mir nochmal die Munition. Versuche nochmal, dein ihm zu beileiden. Eins. Oh, Mist. Zwei. Schnellsammler wäre bei der Quest auch recht interessant. Sowas gibt's. Ja. Achso, du meinst, äh, wie in unserer Fahnenrüstung. Ja, richtig. Dass man das Zeug schneller aufhebt. So, ich habe alles verballert. Achso, warte, dann komme ich. Dann geh du jetzt hin und... Hau du. Ich sammle jetzt zu ihm. Achso, achso, stimmt. Hä? Hör auf zu schießen. Du schießt ja einfach, wenn ich mich gerade dran stelle, schon automatisch meinen ersten Schuss weg. Natürlich geil. Hi, Peter. Hi, triffst du mich? Hallo. Ich habe versucht, aber er lasert gerade genau über dich hinweg. Alter. What the fuck, man. Ich bin ja froh, wenn ein Schuss überhaupt trifft, auf die Entfernung. Ja doch, sieht ganz gut aus. Äh. Oh, guck mal, er ist genau reingeschwommen. Oh, was macht er denn? Das kann ich denn gar nicht treffen. Okay, so erzähle ich ihn nicht mehr. Ich schwimme mal lieber weg. Ich seh ihn auch nicht. Da stehst wahrscheinlich gleich wieder ein Laser von oben nach unten. Oh. Ja, und nicht rein. Das war gut. Der macht aber andere Sachen als das letzte Mal. Ein bisschen, ja. Mag uns nicht. So, ich habe mal einen Megalufttrank genommen. Oh ja, meine Luftleiste ist gleich mal doppelt so lang. Oh, meine Luftleiste. Genau, und Peter stirbt. Wo ist er? Schnell einsam und runter. Oh. Hi. Schwimmt einfach erstmal in mich rein. Warum auch nicht. Dann lasse ich dir erstmal die Balliste, Peter. Ey, Mann. Weil die sogar Luft blasen. Das ist ein Scheiße hier, ey. Ich glaube hier unten, ne? So, jetzt kann ich auch mal ballern hier. Genau, was war das denn? Nimm mal, ähm, ne? Dränke, Mann. Ich wurde ja weggekickt. Warte mal, ich mach mal Lebenspulver. Ja, das Viech, halt. Das hat er gehört, direkt beim ersten Mal. Das Viech halt, äh, greift ihn nicht schnell hintereinander an. Das ist ja der Vorteil. Ja, aber wenn er trifft, dann trifft er richtig, ey. Und immer wenn er seine Rolle macht, einfach ganz schnell nach unten schwimmen. Nein, ich habe nicht ge- Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Er geht voll ab. Ja, der, 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 der richtig ab, ey. Der Gabba Gandalf. Jetzt duckt er sich wieder, der Hurenkopp. Okay, ich sollte vielleicht mal zielen lernen. Ja, er schwimmt weg. Setz dich an die Balliste. Ja, er dreht sich um. Geh doch da dran, du blöd, Mann. Er macht wieder seine Rolle, heißt wieder Laser. Heißt du das? Oh, jetzt duckt er sich. Oh, voll daneben. Ja, immer wieder. Oh, voll daneben. Oh, Gott sei Dank. Das einzige, was er kann, seine Rolle. Hey, ja, unterschätzt den mal nicht. Manuel Hörner sind blöd. Hörner, wäre gut. Griff einfach überhaupt das Viech. Ja, da meine ich ja. Bevor ich nachher gar nichts nehme. Okay, meine Balliste ist wieder frei. Falls einer will, falls einer das Bedürfnis hat. Ich will gerade ein bisschen normal gegen den kämpfen. Boah, es hat Kacke mit der... Heute ist Break, jetzt fieh ich. Oh, er guckt mich an. Der will dich, der will dich. Und jetzt gleich bin ich hinter dir und dann... Okay, hab nichts mehr drin. Er hat sich umgedreht. Gut, dann greif an. Ach, echt? Ich dachte, ich schwimme jetzt nach oben und das Ende. Dachtest du? Okay. Warum ist mein Leben auf einmal so wenig? Hm, ich trinke mal einen Trank. Ich glaube, der wollte den Peter. Oh, ja. Ich glaube, irgendwie mag mich nicht. Ich gehe mal rein, wo Manus Balliste war. Zahme mal die Munition auf und ballere ein bisschen. Noch ein bisschen Piu-Piu. Pau-Pau-Pau. Das Beste wäre natürlich, wenn wir alle 13 Munition mitgebracht hätten in die Quest. Ja, das stimmt. Oh, oh. Verteidige dich. Wir schaffen den jetzt nicht. Dann habe ich hier 10 Munition umsonst verballert. Voll teuer. Hoffentlich. Oh, fack, fack, fack. Ja, ich musste da zwei goldene Reißzähne eintauschen. Für 24 Munition, ja. Mist, das kann ich nicht so gut abblocken. Nee, ich auch nicht. Du kannst doch gar nicht blocken, du Ochse. Ja, nein, mit Ablocken meint ihr eigentlich ausweichen. Acht. Neun. Oh nein, er guckt mich an. Und 10. Er doch nicht. Oh mein Gott, er will mich, er will mich. Geh weg. Geh weg, Satan. Geh weg, Satan. Oh, ich habe keine Ballistscheiße mehr. Mein Bart des Drachen. Dann schlage ich ihn. Ich habe seinen Bart abgeschossen. Sehr gut. Der Bart ist gestutzt. Ich bin im Moment rentert. Ich muss nur noch die Hörner weg. Man kann auch mit normalen Waffen gegen die Hörner schlagen, übrigens. Ja, aber dann schlägt er da mal so ganz komisch gegen. Der prallt ab, aber trotzdem werden die irgendwann abgetrennt. Hast du schon mal gegen schwarzen Diablos gekämpft? Da prallt jeder Schlag am Kopf ab. Selbst mit einem Hammer mit Schärfe S. Schärfe S? Ja. Blau. Oh, ich sehe sein Horn. Nee, ich, ich, ich habe, glaube ich, Aua gemacht. Geil. Oh mein Gott, ich muss ganz schnell zu euch schwimmen. Oh, Arnie. Ich kann zweimal looten. Oh mein Gott. Ich auch. Er ist ja riesengroß. Schiefes Hasthorn. Yeah. Kadeo Scherbe. Ich dachte, er hätte mich gegessen. Aua. Macht er wieder Laserpower oder hat er sich nur umgedreht? Er hat sich nur umgedreht, okay. Nur umgedreht. Hallo, Looter ist Charakter. Looter ist. Genau. Dann schlagen wir mal das andere Horn kaputt. Ich wäre erst mal froh, wenn ich das Horn hier nehmen dürfte. Oh, oh. Nein, ich habe jetzt das Horn. Boah. Die Eimer habe ich ja frei, ne? Holy shit. Nein, du sollst gar nicht sterben. Ihr sollt beide nicht sterben. Halt auf. Was ist los? Das zählt bei mir nicht. Achso, das hast du echt genommen. Ich dachte, das war nur ein Witz. Nein. Ich wollte eine Rückversicherung haben. Wieso geht ihr die ganze Zeit auf die Stelle? Ich will doch nur das Horn looten. Okay, ich heile uns alle. Oh. Okay, ich habe mir trotzdem noch einen Megatrank gerade eingeworfen. Ja, Manuel sagte doch vorher. Nicht. Was können wir sagen, ob der doch Sinn hat? Nee. Ach. Man hat schon immer Sinn, ne? Hat immer Sinn. Heilung hat immer Sinn. Einmal erfolgreich gelootet. Zweimal. Schiefes Harthorn. Gut ausgewischen, Manuel. Yeah. Manuel, was macht der denn? Der hat voll die... Ach ja, Manuel möchte die Rüstung aus dem Viech haben. Ja. Kann man gerne erwähnen. Echt? Dann habe ich Schärfe. Wollt ihr das nicht? Wie lange wolltest du den denn machen? Aber fuck. Zehn Jahre? Stunden? Ich frage mich echt, wie oft man den hier töten muss, damit man die Rüstung hat. Ja, Freunde, das dauert ja immer voll lange, ne? Ja, eben. Besonders, der hat ja auch so selten Teile wie der Brachydeos. Oh nein. Hat er? Ja. Erwähne den nicht. Brachydeos Stein. Was, da kriegst du einen anderen Stein direkt zweimal und... Ja, sei mal froh, ey. Die Kinder in Afrika haben gar keine Steine. Doch, Steine haben die genug. Wurde nichts zu essen, wenn du da meins. Ja. Steine bedeuten für mich Namen. Aua. BTF? Könnte ich mich auch so gut verschützen? Da konnte ich mich überhaupt nicht gegen schützen. Ich auch nicht. Weil ich gerade im Schlagen war und dann... Ausweichen, Ausweichen, Ausweichen. Ja, vor allem, ich war gerade hinter ihm und konnte gar nicht sehen, was er gerade macht. Und dann war auf einmal vor mich, weil er sich nach hinten gestoßen hat. Yeah. Yeah. Drachensperre. Okay. Let's schwimmen, tu den Drachensperre. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich hole mir die Luft, die über den Drachensperre ist. Ah, ich brauch kein... Oh, ich brauch doch Luft. Ich brauch den Negatrank. Ist so krass. Ey. Hey. Der macht dir Schaden. Ich dachte, der macht... Macht nix. Kann er mal kommen? Komm, Warte, heilig. Ich will es alles mal voll. So. Ah, danke schön. Yeah, hast du auch mitgenommen. Geil. Klar. Auch ewig viele Bomben dabei, die ich nie einsetzen werde wahrscheinlich. Aber ich hab sie dabei. Ich könnte seinen Schwanz treffen, aber das will ich jetzt nicht riskieren. Sein Cock alleine reicht nicht. Dann stelle ich mich genau vor den Speer. Ja. Oh, oh. Dann brückst du Zombie in den Drachenältesten. Nee, wir müssen, wir müssen runter, sonst wird der Tee wegzumachen. Ja, ein bisschen unterhalb von den Speern. Peter, bleib einfach direkt an den Speern immer. Nicht irgendwie 20 Meter weiter von weg. Ach so. Wir wollen ihn ja direkt hier ran locken. Und wenn er zu uns will, dann kommt er wahrscheinlich am ehesten hierher. Ich könnte jetzt... Ähm... Ja, mach. Nein, das ist nicht mehr. Zu spät. Okay, er hat sich gerade nochmal reingedreht. Doch, ging aber gut. Super. Kann er den nicht festhalten, ob wir den penetrieren können? Schön, ne? Schön, ne? Oh, ich glaub das zweite Horn ist ab. Irgendwas ist gerade gebrochen. Ja, sehr gut. Hat sie nach dem zweiten Horn angehört? Nee, sein Kopf. Nee, der Horn ist da dran. Kopf ist gebrochen. Oh, okay, dann lass mal auf der zweite Horn gehen. Redel Basisbruch. Ich geh nicht an ihm sein Gesicht dran. Nicht freiwillig. Ist doch schön. Nee, das ist doch total freundlich. Oh mein Gott. Ja, vor allem, da kriegt man voll viel Loot raus, Mann. Wir brauchen das. Und wir können den Part switchen, Digga. Was ist los? Äh, nein, wir haben das 14 Minuten. Ah. Okay, bis zum nächsten Mal. Schaut in die Playlist. Tschüss. Tschüss. Tschüss.